Also, Servus, ich bin der Michael, ich bin vom Tiroler Oberland aus Wilhelmöming. Und ja, wir hatten eine Idee gehabt, eine Go-Go-Peach-Party zu machen. Aber nicht so wie auf anderen Go-Go-Partys. Normale Go-Go-Girls, die was im Bikini oder Unterwäsche tanzen, sondern so wie es für Tirol eigentlich traditionell ist, mit, ich sage mal, kürzere Lederhosen und Bluse oder so. Einfach das, was eigentlich für Tirol typisch ist. Super Idee. Und wo hast du dir gedacht, könnte man die Beach-Go-Go-Party machen? Ja, also bei uns in Wilhelmöming ist eigentlich ein recht guter Platz. Und da kann man auch länger die Party machen, weil es die anderen nicht so stört. Und es ist ein recht großer Platz. Also da kann man sicher auch ein großes Zelt für das aufstellen. Und hast du dir auch schon überlegt, wer die Party vielleicht organisieren könnte oder wie man die finanzieren könnte? Ja, ich denke mal, dass die Landjugend, die Jungmannschaft Wilhelmöming sicher sich auch daran beteiligen wird. Also für die Aufbauten und so helfen, hinter der Bar oder so arbeiten. Aber es wäre sicher nicht schlecht, wenn Tiroler Land oder so, sage ich jetzt mal, etwas dazu beisteuern kann. Also finanzieren, ein bisschen nachhelfen. Super, danke schön. So, das wird dann auch wieder aufhelfen. So.